Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Evil Defenders. So, wir machen wieder eine Prüfung heute. Die Prüfung hier, das wird lustig werden. Also wir machen die Prüfung in der Oase. Vergolden wir uns diese Mission, indem wir die Prüfung schaffen. Oh ne, das ist das mit der Abkürzung. Und wenn dann auch noch Fliegende kommen, dann haben wir ein richtiges Problem. So, jetzt müssen wir schauen, was dann natürlich kommt. Äh, lassen wir die rein. Könnte gleich wieder Retour hier. Oh, will man mithelfen. Da brauchen wir nur einen. So, man kann das schön wieder aufladen. Das passt schon. So, das passt mir jetzt gar nicht hier. Wo genau möchte ich... Das geht gar nicht. Leute. Sagen wir mal, ich muss jetzt den Roten am Anfang schon her. Wow. Also, das geht ab hier. Das muss man sagen. Wow. So. Die kommen immer schneller jetzt. Das geht natürlich nicht. So, die haben wir. Jetzt müssen die da durch die Tower sterben. No, der Kleine da. Hallo. Lol. Gerade nur gekriegt. Habt ihr das gesehen, ne? Schon knapp jetzt. Wir brauchen mehr Damage hier. Und das möchte ich da vorn dem gehen. Scheiß da. Und die Wand an, ey. Wow, wow, wow. Nicht easy. No, driftet den oder nicht? So machen. So und jetzt haben wir es aber vergeigt. Das ist zu viel. Oder? Ja, noch nicht vergeigt. Aber es wird gleich vergeigt werden. Ich kämpfe da hinten schon rum. Und fliegen die auch noch. Oh, Gott. Jetzt haben wir es aber. Okay. Da müssen wir einen anderen Level machen. Da müssen wir noch mehr upgraden. Das ist schon ein bisschen hart. Aber ist ja kein Problem, Leute. Ist ja kein Problem. Mach mal was anderes. Mach mal mal was ganz Neues. Mach mal aufgegebener Palast. Der Sieg schien so nah. Doch treuen jetzt erneut Horden. Treuen? Hä? Horden von Feinden? Über alte längst vergessene Pfade. Erreichten sie einen verfallenen Palast abtrünniger Paladinen. Na gut, okay. Wir spielen jetzt auf Standard. Schauen wir uns diesen Level an. Bin neugierig, wie der da ausgeht. Ja, die Fliegenden sind halt ein bisschen ein Problem. So, wo kommen die denn? Das ist neu. Erwecke den mächtigen, gefallenen Paladin. Er kann deine Länder schützen, den Feind vernichten und die Verteidigungskraft deiner Armee stecken. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das kostet auch einiges. Was ist das da? Oh, nur ein Tower. Okay. Hä? Da hinten ein Tower. Wo gehen die lang? Diese kleine Strecke hier? Was soll da hinten mit Tower? Oh, die können überall kommen. Verstehe ich schon. Und wo gehen sie hin? Da runter oder was? Ich weiß nicht recht, wo die gehen. Äh, jetzt verstehe ich nicht ganz, wo die gehen, Leute. Ich weiß nicht, wo die lang gehen. Na ja, muss man mal gucken. Ja, die wollen da rüber, offensichtlich. Okay. Dann bauen wir hier noch einen Tower. Jetzt kommen die da unten auch. Die wollen wahrscheinlich hier rüber. Dann baue ich hier auch noch einen Tower. Ne, die gehen nach oben. Aber okay. Tower schaden nicht. Äh, interessanter Level. Aber ich glaube, die wollen hier raus überall. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen retour her, Jungs. Und lang gehen da, ey. So, noch ein Tower dahinter. Und Ruhe ist. Jetzt kommen sie von unten. Die gehen jetzt hier. Dann müssen wir hier auch noch einen Tower. So, die werden jetzt schon langsam ungut, muss man sagen. Das gehen sie da unten. Okay. Dann müssen wir den roten auch noch ins Spiel holen. So, das ist ein sehr unguter Level auch. Äh, wir werden den hier als erstes Mal upgraden, denn der trifft oben und unten auf jeden Fall mal. So, die unteren wollen wieder. Welle 7 haben wir jetzt. Gehen wir gleich mal retour hier. Bisschen mithelfen. Nächste Welle, Welle 8. Oh, ein Boss. Den gehen wir gleich wieder retour. Ja, diese kleinen sind lästig. Da kommt dann schon wieder ein Boss danach. So, die geben wir auch retour. Die geben wir auch noch gerne verstärken, aber okay. Da oben kommt ein dicker Boss. Gehen wir gleich retour. Hm, bissl Kohle fehlt mir. Nochmal retour. Jawohl, macht schön Damage hier. So, der nächste Boss kommt auch gleich. Ich möchte den roten jetzt nicht verwenden, weil das wird sicher nur schlafen. Okay. So, dann kommen wir dann nächste Runde. Easy Beasy ist was anderes. Gut, lassen wir den gleich raus. Ist ja wurscht. Interessant nur, wo er kommt. Oben anscheinend. Okay. Und noch. Okay, okay, okay. Diese Kugeln hier müssen weg. Äh, macht die Kugeln hier einer weg? Sag mal. Macht die scheiß Kugeln jetzt einer weg? Boah, Leute. Ernsthaft? Den, den. Hol ihn dir. Hol ihn dir den Scheißer. Das ist der Paladin da. Schwierige Level, aber sehr interessant, Leute. Sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall jetzt einiges upgraden. Ja, einiges ist übertrieben. Wir kriegen hier ein bisschen wenig, äh, Geister. Ist halt nur der unterste Level, ne? Aber sehr interessant. Sehr interessant. So, wie hat der überhaupt geheißen? Mal mal nachschauen. Oh, wir haben was Neues. Cool. Und zwar heißt es. Feuerherz. So, wir haben Feuerherz. Und der heißt aufgegebener Palast. Okay, gut. Gehen wir upgraden? Ich überlege gerade, was? Dass man den schneller verlängert, die Kampfzeit. Nein, das bringt es nicht. Was können wir denn da machen? Dass das noch schneller lädt. Das auf jeden Fall. Das ist nichts Schlechtes. Je schneller wir das wieder haben, desto besser. Weil dann kann ich sie schneller wieder zurück. Ja? Also das hat auf jeden Fall einen Vorteil. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018